Ach du Scheiße. Ich bin nur ein Späh, ich habe noch immer das Fernglas hier. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh, ich bin nur ein Späh. Ich bin nur ein Späh. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich bin noch bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin relativ sicher, dass das geht. Ich bin noch bereit. 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 der Nidalee den Double Kill reingespielt Irgendwas hat ein Asi einfacher gemacht, das Auto hinten ist viel viel leichter irgendwie Da hat wahrscheinlich niemand den Bug, dass er erstmal dahin rennen will oder sowas Das kann sein Viel viel angenehmer irgendwie Oh Gott, oh Gott, nehm ich halt den Sperr auch noch mit? Scheiße Ich muss zurückkehren Ich hab nach E gedrückt Bryce sieht einfach scheiße aus Da kann ich mich nicht konzentrieren Good job Katelyn 5-3 Ich hab irgendwie auf Diablo schon keine Lust mehr Tschau Noob What? Noob Nein hat gewonnen Früh Weil ich... Ja ist das Zähnliche mit High oder so Ich sehe es mal zu früh, weil ich die Late-Game-Berals gerade gewöhnt bin Ich bin voll im Arsch Ich bin voll im Arsch Huuuuuuh Voll im Arsch Huuuuuuh Danke Danke! Ich bin mal für so'n gefette Sliding-Action. Ein fette Sliding-Action an mir. Das ist noch nicht bereit. Und Rips-Sliding-Action. Nur mal wieviel Schaden ich fresse. Weil ich keine Resis hab. Du K.F.E.V.E.V.E.V.E.V.E. Ich hoffe ihr zippt ihr dick one day Timo. Nun lang. bee hat's goes gesehen? nicht mehr WAS?! der hat nix mehr oh man was ist so sehr? das ist alle Leute oh hm bb ähm nicht genug Geisteskraft ich bin noch nicht wieder bereit äh wie sind wir noch so wieder was ist so ich besser hm ey ohne witz der fucking soldat macht am Anfang von seinen animativen aber kriegt sie nicht durch weil er behindert ist ein neues mitglied ist zu meiner gruppe gestoßen meine feinde werden stärker bleibt dem licht treu ja aufsache die katelyn die ganze zeit abfacken oh das gefällt mir kann ich jetzt zurück machen du willst mich verarschen flaschen dich in mich ich musste da wegflaschen führte kein weg dran vorbei doch rechts zum beispiel an die wand meine gruppe ist formt meine gegner werden etwas schwächer ein neues mitglied ist zu meiner gruppe gestoßen meine feinde werden stärker oh wirklich caitlin das heißt wieder nice damage wir sind abgeschnitten sie werden uns jeden moment erreichen was mein fuß kam nicht durch für die farbe das hier für'n rotz das heißt das heißt das heißt das heißt das heißt ich Ich bin wieder bereit. Ich habe nicht genug geistlich Kassen. Hm, was ist denn? Macht der wenig Instant Damage auf Towers? Eigentlich schon, dachte ich, also früher jedenfalls. Ne, offenbar nicht mehr. Ich bin in einer Minute Nachspielzeit zwei Tore gefangen. Was? Wo? Deutschland gegen Australien. Wer hat gewonnen? Naja, jetzt ist die erste Halbzeit vorbei. Es steht 2-1 für Australien. Ach, krass! War das schon immer so, dass die... Der Kuh... Oder ist das nur der Kuh? Ein Kuh? Das werde ich nicht tun. So deprimierend, Gangplank zu spielen. Eigentlich ganz witzig auf Aram. Nein! Es ist nicht lustig, wenn die ganze Zeit deine scheiß... Pesta kaputt gemacht werden. Nein! Fuck this shit, ey! ... Häh häh... Hähih, häh! Ja, es ist eine... ... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 nicht wieder da rein WAS?! der macht nicht dabei diese seelen war und für schaden gemacht er kann wieder in den Turm bauen korrekt Mauer muss her der Faker was macht der da der Faker 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 musste ich einfach machen leider hat man nicht früher auf ASI mit Cooldown Reduction Attack Speed gekriegt? ooooh ne dann mit Attack Speed Cooldown Reduction? da war auf jeden Fall so ein Twist drin du hast halt Attack Speed und Cooldown Reduction gekauft ja aber nein 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 du hast eines aus dem andern gekriegt bin mir ziemlich sicher das nicht Gurelan ich muss zurückkehren ja lauf rein Catelyn ja RIP Echo Fox wir sind leider glaub ich schon raus echt? ja oh ne ich glaub die müssen auch ooooh wir geben irgendwie K.L. oder sowas haben wir gespielt die geben irgendwie K.L. oder sowas haben wir gespielt ja ne ich glaub die Echo Phoenix muss noch mal morgen verlieren Echo Fox nicht Echo Phoenix ein neues Mitglied ist zu meiner Gruppe ein neues Mitglied ist zu meiner Gruppe er strahlt im Ruhm HUT! 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 Buii! Ich hab mich noch nicht verweist. Eure Kraft lässt euch im Stich! Ups. Ups. Fast noch meine Wannen rausgekickt. Mal erwähnt wie sehr ich Asien hasse. Mhm. Also ich meine ja, dass du die Fässer vielleicht siehst, wenn du die gerade setzt. Aber auf keinen Fall siehst du, wenn du die die ganze Zeit im Dingens drin hast. Oh, Reispod, was war das? Nee, das wäre gut. Boah, war die krass? War die krass oder was? Yes! Flash, alles. Alles, alles, alles. Übertrieben nach Asien machen wir das natürlich in einem Wisch. Ach! Erstmal Catelyn reporten. Wegen Beleidigungen. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas geschrieben? Ja. Get cancer. So. Verröb, you've a three-part. Ja, erstmal raufen. Barsonix hat mich eingeladen. Das ist Barsonix. Nehmen wir an. Stop angenommen. So. Hi! But I need to smoke a cigarette now. Just a sec. Give me about three minutes. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich bin noch nicht wieder bereit. Das ist nicht möglich. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss zurückkehren. Ich bin noch nicht so weit slaughtered. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 haben wir den ring noch endlich sind wir eigentlich noch für pläne so, 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 lasst uns da rein an die so, da kann ich da rein ich theoretisch irgendein Teil wechseln irgendwas kann ich ersetzen ich will kurz das leben aber vielleicht brauche ich das ja auch noch hier brauche ich das ich brauche es die legen wir mal ab, so hier oben mein Kopf und die Hosen das ist zu teuer das ist zu teuer der Vega und der Timo he's something ähm sag mal einfach, I hate niggas ich bin aus dem Chat raus, ich sehe leider nichts hier steht vor meinem Zimmer oh Rumble da kann ich nicht Harry Potter's Nightly spielen soll ich Full-AD-Cave spielen? kannst du auch einfach abbrechen und ich roll weg ähh weg wahaha lass dich wegrollen ähh ähh weiß nicht ich tausch mit dem ähh achso würd ich da jetzt mal sagen müssen dass das ähh Frauenfußball ist warum? ich hab mich schon gewundert warum die Männer schon wieder spielen jaa hättest du gefragt oder hättest du das ausgesprochen hätt ich das ergänzt ich spreche nicht so gerne jaa jaa gut ja ich bin der einzige AD-Schaden sehr cool versteh ich hahahahahah boah uuuch 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 hier Martin der erste Post ist einfach der Priest-Dream der erste Post der erste Post der erste Post ist einfach das könnte klappen doch ist nicht ne double Doomsayer into double Resurrecter ha 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 die real lipstick hey Daniel noch oh die Oriana wir haben nur AP gut oh god ich hab noch die Biscuits geskillt always stagger them heat wenn wir auf Volley Magie easy oh man danke oh oh so 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 so